Moinsen liebe YouTuber, es ist endlich da, das Phantasm, das böse Mediabook, endlich frisch vom Index runtergestrichen, ist nicht mehr verboten, ab 16 frei erhältlich. Da habe ich den heute einfach mal zugeschlagen, das schicke Mediabook, so sieht das erste Bild aus und dann blätter ich da einfach mal ein bisschen drin rum. Hier haben wir das noch. Diese Disks sind hier immer sehr schwer rauszukriegen. So sieht denn das Backup-Cover aus. Hier so ein beiden Inhaltsverzeichnis. Das müsste jetzt das Cover-Motiv A sein, das erste, genau. Da gibt es auch noch eins mehr von, aber ich fand er besonders dieses ganz nett.